Das heißt, wir können endlich anfangen? Ja. Wann sind die anderen Gebäude dran? Stopp den Abriss! Stopp den Abriss! Stopp den Abriss! Das ist meine Tochter! Komm mal mit! Du siehst gut aus. Lass dich umarmen. Aber du musst den Abriss aufhalten. Wie stellst du dir das vor? Du stürmst hier einfach rein. Du bist der Einzige, der das doch stoppen kann. Was ist los? Hör mal, ich kann das nicht einfach aufhalten, nur weil du gerade wieder die Welt retten willst. Weil ich gerade wieder die Welt retten will? Sag mal, hast du eine Ahnung, was du damit anstellst? Und ob ich das hab? Wenn ich das aufhalte, muss ich hunderte von Mitarbeitern rauswerfen. Für die bin ich verantwortlich. Ja, und was ist mit den Leuten hier, die ihre Heimat und ihren Job verlieren? Das ist nicht meine Baustelle. Doch, ist es! Wenn du das hier durchziehst, dann bist du für diese Menschen genauso verantwortlich. Du bist ja wie deine Mutter. Papa, du lenkst ab. Es gibt so viele Plätze, wo du die Welt verbessern kannst. Muss das unbedingt hier sein? Du hattest auch mal Ideale, ja? Und jetzt geht's dir nur noch ums Geld und dir sind alle anderen scheißegal. Ich versteh doch. Ich kann da nicht einfach raus. Papa, ganz ehrlich, du könntest, wenn du wolltest. Im Leben läuft nicht immer alles so, wie man sich das wünscht. Früher warst du anders. Da bin ich dir noch wichtig gewesen. Du bist mir immer noch wichtig. Ja, wenn du meinst. Mia, warte doch. Komm. Ich bin eigentlich los. Ich bin nicht los. Ja, ich bin ja auch los. Komm.